Hallo, ich bin's, die Maja und mache heute mit euch ein kleines FMA mit der lieben Lara. Hi! Und ja, dann holen wir mal die Pferde raus, nicht wahr? Ja. So, wir putzen jetzt gerade mal die Pferde. So, jetzt bin ich mal dran. Und ich bin dafür, dass wir die Pferde jetzt auftrenzen. So, wir haben jetzt die Pferde auftrenzt und steigen wir mal auf. Aua! Ja, ich bin gerade hingefallen. Alle, ja. Ja. Und. Alle, ja. So, wir sitzen jetzt richtig im Sattel und wir werden jetzt gleichzeitig, wir werden jetzt nacheinander hier über den Zaun springen, weil da ist unser Reitplatz und ich habe keinen Bock, das Torf zu machen. So, Junika. So, das haben wir schon mal geschafft. Hier, Ronja. So. Breiten wir jetzt mal ein bisschen. Ja, super Idee. Komm. Also, wir werden jetzt mal ein bisschen. So, das war's jetzt. Und ja, ciao.